Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erinnern Sie sich noch an die Zeit der Münzfernsprecher? Das kleine Fach unten für das Rückgeld? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kind regelmäßig in der Telefonzelle bei uns um die Ecke nachgeschaut habe, ob da dort nicht ein paar Pfennige liegen. Und wie ich mich gefreut habe, wenn ich was gefunden hatte. Heute gibt es das nur noch auf Autobahntoiletten, da gibt es welche, die geben einen für die 50 Cent Eintritt einen Wertbon zum anschließenden Einkauf im Shop der Raststätte. Können Sie sich vorstellen, wie glücklich meine Kinder früher waren, wenn dort einer was vergessen hatte, vergessen hatte, seinen Wertbon mitzunehmen? Die Psychologie hat in diesem Zusammenhang ausprobiert, was dieses Glücksgefühl für die Hilfsbereitschaft der Leute ausmacht. So hat man festgestellt, dass viermal so viele Leute hilfsbereit reagieren, wenn sie zuvor eine Münze auf der Straße gefunden haben als ohne dieses Glück zuvor. Vielleicht sollte man ab und an mal ein Geldstück auf den Gehsteig schmeißen. Uns tut das nicht weh und andere sind wenigstens eine Weile lang glücklich. Vor der Aufforderung zu geben allerdings steht die Aufforderung, sich immer wieder darauf zu besinnen, was wir selbst in unserem Leben alles geschenkt bekommen haben. Darum brauchen wir ein solches Fest wie das Erntedankfest, das wir in diesen Tagen in unseren Gemeinden feiern. In den Tagen, an denen es uns gut geht, an denen uns alles gelingt, was wir uns vorgenommen haben und an denen sich alle Dinge zum Besten fügen, ist es nicht besonders schwer, sich als von Gott beschenkter Mensch zu fühlen. Egal, ob wir es nun Lebensglück nennen oder Gottes Geschenk, das Gefühl, reich beschenkt zu sein, öffnet uns das Herz. Martin Luther sagt, es beginnt alles mit den kleinen Dingen, die Freude, dass die Sonne jeden Tag aufgeht, auch hinter den Wolken. Ein bewusster Atemzug, unterspüren, es gibt sie noch, die Luft um uns herum, ein Schluck klaren Wassers. Selbstverständlichkeiten und doch Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Im übertragenen Sinne finden wir täglich Dutzende, zehn Pfennigstücke. Die machen noch kein Vermögen aus und reichen selten für ein ganzes Leben voller Dankbarkeit, aber sie sind ein Anfang. Halten wir ruhig die Augen auf. Wir werden erstaunt sein, was wir alles finden, worüber wir alles dankbar sein können.